Du schaffst das schon, die Rade will eh niemand was kaufen. Mach mal ne Probe auf Überreden. Oh, ein Null. Ich bin sehr erfolgreich. Okay, du machst dich also auf den Weg zum Menschen. Ist das eine 100 dann? Nee, ist 0, 0 und 0. Ah, das ist korrekt, das ist eine 100, ja. Oh, oh, dann bin ich nicht so gut.